Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. In 3.24 wurde ein alternativer Skill-Gem zu Tornado eingeführt, der Tornado der Elementar-Turbulenz. Anders als der normale Tornado-Skill steht die alternative Version für sich selbst und macht von sich aus physischen Badeschaden, der dann in Elementarschaden umgewandelt wird. Bis zu 3 Tornados können wir beschwören, die dann jeweils zufällig aus einem Element bestehen, also Feuer, Kälte oder Blitz. Man könnte jetzt über bestimmte Juwele auch ein Element fokussieren, in diesem Bild ist es aber egal, welches Element die Tornados haben, da wir einfach generell Zauber- und Elementarschaden skalieren. Wenn wir einen Tornado beschwören, startet er bei unserem Charakter und bewegt sich dann automatisch auf Gegner hinzu und wirbelt darum, bis sie tot sind. Dann zieht er weiter, bis seine Dauer aufgebraucht ist. Standardmäßig halten die Tornados 4 Sekunden, bevor wir sie neu beschwören müssen. Das macht's auch bei Bossen ganz angenehm, weil wir nicht ständig zaubern müssen, sondern nur aller paar Sekunden. Dadurch, dass wir die Tornados nicht direkt steuern können, fühlt sich das Clearen manchmal etwas komisch an, wenn die Windwirbel gerade nicht das angreifen, was wir gerne hätten. Deswegen habe ich auch, mal wieder, Gegner-Explosionen eingebaut, damit sich die Clear einfach noch besser anfühlt und oh boy, haben wir saftige Explosionen. Da wir als Elementaristin spielen, haben wir richtig viel Wirkungsbereich. Damit sind sowohl die Tornados als auch die Gegner-Explosionen schön groß und durch unseren generellen Elementarschaden werden die Explosionen auch noch richtig gut skaliert. Weshalb es teils ausreicht, einfach nur mit unserem Fortbewegungsskill durch die Gegend zu springen und die Explosionen übernehmen den Rest. Theoretisch bräuchten wir die Tornados eigentlich nur noch bei Bossen und härteren Gegnern, die ab und zu mal überleben. Der Boss-Schaden ist auch gut, wobei ich mir bei meinem hohen zweistelligen Investment etwas mehr versprochen habe. Wenn ich das vergleiche mit dem Vortex-Bild, den ich letztens vorgestellt hatte, der hatte ein ähnlich hohes Investment, war aber auf der offensiven Seite deutlich potenter. Ich habe aber auch im geschriebenen Guide ein etwas günstigeres Setup eingebaut, damit ihr euch damit dann nach und nach die noch teureren Sachen erfarmen könnt. Mit dem höheren Investment sind jetzt auch T-17-Maps und Uber-Bosse drin, auch wenn man den einen oder anderen Tod darin verkraften sollte. Die Defensive ist fürs generelle Meppen gut genug, wir haben relativ viel Leben und Spalten erlittenen Schaden auf zwischen Leben und Energieschild, haben etwas Block, Zauberunterdrückung und Lebensregeneration sowie Raub. Aber alles weg tanken können wir leider trotzdem nicht. Den einen oder anderen Treffer überleben wir aber schon mal. Die Offensive skalieren wir über Zauberschaden, Elementarschaden und kritische Treffer. Dabei stacken wir auch eine Menge Energieladungen und Rasereiladungen, die uns auch nochmal sehr viel stärker machen. Und gerade für das Stacken dieser Ladungen kann man sehr viel Geld ausgeben. Gelevelt habe ich auch mit diesem Skill, den ihr ab Level 34 an nutzen könnt. Vorher habe ich mit dem guten alten Lichtbogen gespielt. Kommen wir jetzt zur Ausrüstung, den Skill-Setups und dem passiven Baum. Wie gesagt ist auch alles nochmal im geschriebenen Guide verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. So, fangen wir erstmal mit den Skill-Setups an. Und das ist natürlich hier in der Brustrüstung ganz oben links haben wir das Tornado der Elementar-Turbulenz. Das ist der alternative Skill-Gem zu diesem Tornado-Skill, der sonst irgendwie mit Projektilen irgendwie interagiert. Das ist hier alles weg. Wir beschwören ja einfach nur bis zu drei Tornados, die dann umherfliegen und Gegner treffen. Und wie treffen die Gegner? Erstmal verursachen sie wie gesagt physischen Basischaden, der dann zufällig in ein Element umgewandelt wird. Also jedes Mal, wenn wir beschwören, ist das einfach zufällig, was wir kriegen. In dem Fall war es jetzt Blitz, Feuer und Eis hintereinander. Die Tornados lähmen auch die Gegner, wodurch sie nochmal langsamer sind. Zwar nicht mit 1% verringerte Bildungsschwindigkeit, sondern glaube ich ein bisschen mehr, habe ich das wieder komisch übersetzt hier auf Deutsch. Und maximal drei Tornados. Wichtig ist hier auch noch das Zweite. Verursacht Schaden alle 0,25 Sekunden. Und das können wir auch nicht erhöhen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Zaubergeschwindigkeit nehmen, treffen diese Tornados trotzdem nur viermal pro Sekunde. Und mit allen drei Tornados dann eben zwölfmal pro Sekunde, wenn die auf einen Gegner draufhauen. Zaubergeschwindigkeit bringt da an der Stelle nichts. Wir können das also nicht erhöhen. Zaubergeschwindigkeit bringt einfach nur das, dass wir die Tornados irgendwie schneller beschwören können. Deswegen müssen wir da nicht wirklich auf Zaubergeschwindigkeit achten, was den Schaden angeht. Das Ganze ist jetzt verlinkt mit zum einen zusätzlicher Feuerschaden für nochmal extra Feuerschaden auf Basis des hohen physischen Schadens, den diese Tornados hier machen. Und wir kriegen nochmal plus 1 zum Level der physischen Fertigkeiten. Und wenn wir mal gucken, dieser Tornado hat ja sämtliche Tags. Wir haben physisch, wir haben Feuer, Kälte, Blitz, Wirkungsbereiche, Dauer. Wir haben ganz viele Tags, mit denen wir hier arbeiten können. Und hier kriegen wir nochmal ein Level mehr durch diese Unterstützung. Und insgesamt kommen wir ja auf Stufe 27 durch verschiedenste Modifikaturen. Und eine Stufe durch diese Unterstützung hier in der erweckten Unterstützung auf Stufe 5. Nur da gibt es eben nochmal plus 1 Level dazu. So, dann haben wir natürlich Energieladungen bei kritischen Treffern. Denn die gibt uns nochmal 4% mehr Schaden pro Energieladungen. Und wir haben 12 Stück in diesem Setup. Das heißt 48% mehr Schaden, nur durch diese Unterstützung alleine. Auch das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich erhöhten kritischen Trefferschaden, weil wir ja kritische Treffer machen. Und die sollen auch Schaden machen, die kritischen Treffer. Dann haben wir eine Ermächtigung hier drin. Die sorgt auch einfach nur dafür, dass die verlinkte Skills nochmal höhere Stufe haben und damit nochmal höheren Basisschaden haben. Habe ich mir hier auf Stufe 4 gekauft, damit das Level da nochmal ordentlich erhöht wird. Und zum Schluss noch Hypothermie für nochmal mehr Schaden gegen unterkühlte Gegner. Und da ja ein Tornado wahrscheinlich immer ein bisschen Kälteschaden macht, wird der Gegner auch unterkühlt. Und dann haben wir dadurch auch nochmal mehr Schaden gegen diesen Gegner. Das ist also unser Damage-Setup und der Rest ist jetzt eigentlich nur noch zur Unterstützung mit drin. Wir haben hier zum Beispiel zwei Flüche, Maltes Assassinen und die Elementarempfindlichkeit. Maltes Assassinen sorgt nochmal für mehr kritische Trefferchance und auch mehr Schaden. Und natürlich Elementarempfindlichkeit senkt die ganzen Widerstände der Gegner, damit unsere Tornados mehr Schaden machen können. Das Ganze ist verlinkt mit Zeichen des Arcanisten. Das sind hier diese Zeichen, die wir setzen können. Und wenn wir diese Zeichen dann irgendwie setzen und diese an einen Gegner heften, werden automatisch die beiden Flüche ausgelöst. Das heißt, die Gegner werden damit automatisch verflucht und wir machen dadurch mehr Schaden. Dann haben wir noch verschiedene passive Auren an, sozusagen in dem Helm. Auf jeden Fall haben wir sehr viel. Einmal hier Herold der Asche, der uns auch nochmal extra Feuerschaden gibt, als auch dafür sorgt, dass die Explosionen sich schön verketten. Also sehr, sehr wichtig hier, wenn ihr mit Explosionen spielt. Dann habe ich hier Hast als Aura drin. Hast gibt uns auch nochmal Bewegungsgeschwindigkeit und Zaubergeschwindigkeit. Auch wenn ich gesagt habe, dass das ja nicht wirklich nötig ist, fühlt es sich aber besser an, weil wir sonst nämlich relativ langsam unterwegs sind. Und Zaubergeschwindigkeit sorgt eben auch dafür, dass wir schneller rumblinken können mit unserem Frostspurt hier. Dann können wir eben schneller hin und her springen. Deswegen ist das hier mit drin. Das ist nicht zwingend nötig. Wenn ihr mit einem langsameren Charakter arbeiten könnt, könnt ihr das hier rausnehmen und zum Beispiel noch Hass oder so mit reinnehmen als Aura für nochmal mehr Schaden. Das wäre möglich. Aber ich wollte mich einfach ein bisschen schneller bewegen, damit es jetzt einfach ein bisschen besser anfühlt. Und deswegen habe ich das hier so drin. Dann haben wir noch Disziplin drin für mehr Energieschild, weil ich eben auch ein bisschen auf Energieschild gehe, weil wir unseren Schaden quasi aufteilen zwischen Leben und Energieschild. Und dann wollen wir natürlich auch eine Menge Energieschild haben. Ich würde eigentlich gerne so 3000 haben. Aber das war jetzt in dem Setup nicht mehr so einfach möglich. Aber trotzdem habe ich deswegen Disziplin drin für mehr Energieschild. Und dann das Ganze verlinkt mit einer Erleuchtungsunterstützung der Stufe 3, damit diese ganzen Sachen nicht so viel Mana reservieren und wir dann eben alles hier schön unterbringen können in unser Mana. Das war es aber noch nicht. Wir haben hier im Schild noch den Herold der Reinheit drin, der uns auch einfach nochmal 12% mehr physischen Schaden gibt und irgendwelche Wächter beschwört. Das ist aber irrelevant. Wir nehmen den Herold hier nur mit für die 12% mehr physischen Schaden, der dann ja umgewandelt wird in Elementarschaden bei uns. Dann auch noch den geladenen Schild hier mit drin für ein bisschen Zauberblock-Chance und die Immunität gegenüber Schock, damit wir nicht geschockt werden können. Das ist auch relativ wichtig wegen des Schilds. Da komme ich dann nachher noch zu. Und das Ganze auch nochmal verlinkt mit einer Erleuchtungsunterstützung, weil das sonst mit meinem Mana einfach nicht richtig gepasst hat. Das war es aber immer noch nicht. Leute, wir haben noch eine Aura drin und das ist Glaubenseifer für generell mehr Zauberschaden, als auch nochmal ein bisschen kritische Treffer-Chance und dieser geweihte Boden, der erzeugt wird. Aber Glaubenseifer ist jetzt verlinkt mit dieser Unterstützung der göttlichen Segnung. Damit ist das quasi keine Aura mehr, die irgendwie Mana reserviert, sondern quasi wie ein aktiver Buff jetzt, den wir auf W linken können. Das heißt, ich kann jetzt hier W drücken und dann haben wir für 11 Sekunden diese Aura an und die kostet dafür einfach nur einmalig 814 Mana. Dadurch, dass wir aber hier über 2000 Energieschild haben, ist das ja gar kein Problem. Da können wir die Aura regelmäßig anmachen. Da passiert nichts mit unserem Energieschild. Und dann kriegen wir über diese Zeit eben Temporo ja auch nochmal sehr viel mehr Schaden drauf. Die weiteren passiven Boni gibt es dann durch unsere vier Golems, die wir haben. Wir haben hier einmal den Eis-Golem drin für nochmal kritische Treffer-Chance. Dann haben wir einen Flammen-Golem drin für einfach generell noch mehr erhöhten Schaden. In den Handschuhen ist dann noch ein Stein-Golem drin für mehr Lebensregeneration. Sehr, sehr gut. Und noch ein Chaos-Golem für zusätzliche physische Schadensminderung, was auch die Defensive gut erhöht. Und da wir ja als Elementaristin spielen, können wir da bis zu vier Golems einfach so beschwören. Und als Fortbewegung nutzen wir natürlich Frostspurt der Eisigen Explosion. Das ist auch ein alternativer Skill-Jam zum normalen Frostspurt, der dann einfach keinen Cooldown mehr hat, sondern einfach immer benutzt werden kann. Das Ganze noch verlinkt mit schnelleren Zaubern, damit wir eben noch schneller hin und her springen können. Das ist trotzdem so ein ganz kleines bisschen langsam. Deswegen habe ich auch Hast als Aura mit drin, damit das auch nochmal ein bisschen schneller geht. Und wie ich eingangs erwähnt hatte, reicht das teilweise aus, um die Explosionen auszulösen. Und dann explodiert die halbe Map und wir brauchen eigentlich gar keine Tornados mehr. Nur noch bei stärkeren Gegnern. Das ist auch ein sehr lustiger Nebeneffekt. Aber darum geht es ja hier eigentlich nicht. Eigentlich geht es ja hier um die Tornados. Soweit also zu den Skills. Kommen wir jetzt mal zu den Ausrüstungsteilen. Und ich nutze hier Utulas Hunger. Das ist eine ganz bestimmte Brustrüstung, die uns in meinem Fall jetzt hier 944 maximales Leben gibt, wenn andere ausgerüstete Gegenstände keine Lebensmodifikatoren haben. Und das Gute ist jetzt, dass die Ausrüstungsgegenstände, die wir nutzen, gerade um auch diese Energieladungen zu stacken, sowieso kaum Leben mit sich bringen. Sodass diese Brustrüstung hier ganz natürlich quasi reinpasst und uns dafür sehr viel Leben gibt, sodass wir hier auf über 5000 Leben kommen, was schon mal echt nicht schlecht ist. Und wenn ihr dann noch extra Geld zur Verfügung habt, holt ihr euch eine verderbte Brustrüstung mit plus 2 zur Stufe eingefasster Wirkungsbereich-Gems. Oder auch Dauer-Gems. Das würde genauso gut gehen, weil ja unser Tornado beide Takes hat. Einmal Wirkungsbereich als auch Dauer. Und je höher die Stufe von diesem Tornado ist, desto stärker wird er natürlich. Das ist also die Brustrüstung. Und als Waffe und Schild nutzen wir natürlich, das muss so sein, bei energieladungs-steckenden Builds, den leeren Speicher für nochmal plus 1 maximale Anzahl Energieladung, als auch die verschiedenen Buffs, die wir dadurch kriegen, also 25% erhöhter Zauberschaden pro Energieladung, als auch das Schild hier, Malakai's Schlinge, für nochmal plus 2 maximale Anzahl Energieladungen und 16% erhöhter Zauberschaden pro Ladung. Das ist auch sehr, sehr viel in unserem Setup. Dafür verlieren wir aber sämtliche Energieladungen, wenn wir das Maximum erreichen. Das ist doch eigentlich gar nicht so gut. Und wir werden geschockt, wenn wir das Maximum erreichen, aber dadurch, dass wir ja immun sind gegen Schocken durch diese geladenen Schild hier, ist das schon mal egal. Und was machen wir jetzt mit diesen, wir verlieren diese Ladungen wieder? Da nutzen wir natürlich auch wieder diese Schuhe hier, Rala Cash's Ungeduld. Die werden sehr oft in Builds benutzt, weil sie einfach sehr, sehr stark sind. Mit diesen Schuhen tun wir so, als hätten wir immer das Maximum an unseren Ladungen, egal was ist. Also selbst jetzt, wo hier quasi nur steht, wir haben eine Energieladung, haben wir eigentlich 12. Aufgrund dieser Schuhe, die tun nämlich so, als hätten wir 12. Und wir kriegen dann eben die ganzen Buffs, als hätten wir 12 und damit den ganzen Schaden und so weiter. Und dann ist es eben auch egal, wenn wir die wieder verlieren, weil mit diesen Schuhen haben wir quasi immer die volle Anzahl. Beim Helm nutze ich auch wieder das verschlingende Diadem mit dem verderbten Modifikator, auch nochmal plus 1 zur maximale Anzahl an Energieladung. Den hatte ich jetzt schon, weil ich den schon bei meinem Vortex-Bild benutzt habe und dachte mir, komm, dann nutze ich den einfach nochmal. Auch hier wieder, wenn das Geld noch knapp ist, nehmt ihr erstmal ohne diesen impliziten Modifikator und gönnt euch das dann später. Und was dieser Helm macht, erstmal reduziert ihr auch nochmal die Mana-Reservierung von den Auren, die da drin sind. Und wir kriegen den unheimlichen Transformator-Punkt, das ist das ganz unten. Das ist eigentlich dieser passive Punkt hier im Baum oben rechts. Den müssen wir dann natürlich nicht nehmen. Und der sorgt eben dafür, dass unser Energieschild über unser Mana liegt und dafür wir auch eben unser Energieschild verbrauchen. Wenn wir Mana ausgeben würden für unsere Skills, wird das Energieschild verbraucht. Und das lädt sich eben ganz schnell wieder auf. Wir rauben auch viel Energieschild, sodass wir da eben auch keine Mana-Probleme mehr haben oder so. Und das ist ein schöner Nebeneffekt von diesem Helm. Und bei den Handschuhen sind das normale Handschuhe mit Zauberschadenunterdrückung, Widerstände, Chaos-Widerstand natürlich auch sehr wichtig. Denkt daran, da darf kein Leben drauf sein, beziehungsweise generell kein Lebensmodifikator. Außer bei den Impliziten, da geht's, weil das ist kein Lebensmodifikator in dem Sinne, das hat nicht diesen Lebenstag. Da habe ich nochmal ein bisschen Lebensraub drin, obwohl das nicht wirklich wichtig ist. Da würde ich wahrscheinlich auch gerne eigentlich nochmal ein bisschen Zauberunterdrückung mit reinnehmen, aber ich hatte jetzt keine von diesen Weltenfresser-Dingern mehr. Und wir haben nochmal die Chance, die Gegner bei Treffer zu entmutigen. Und entmutigte Gegner erleiden auch nochmal 10% erhöhten Zauberschaden, was ziemlich gut ist. Interessant wird's dann auch nochmal beim Amulett. Zeichen der Bruderschaft. Euer Maximum an Rasereiladung entspricht eurem Maximum an Energieladung. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere Energieladung stacken, brauchen wir nur dieses Amulett anziehen. Und wir haben gleichzeitig auch Maximum an Rasereiladung genauso viel. Und ich hatte ja gesagt, in meinem Setup haben wir 12 Energieladungen und mit diesem Amulett jetzt also auch 12 Rasereiladungen. Und normalerweise müssten wir die ja jetzt umständlich bekommen und so weiter. Aber auch hier kommen diese Schuhe wieder mit ins Spiel, weil mit diesen Schuhen tun wir ja so, als hätten wir die maximale Anzahl auch an Rasereiladungen jetzt. Und damit haben wir jetzt eben auch 12 Rasereiladungen, die uns eben auch nochmal dann in dem Fall 48% mehr Schaden geben, als auch 48% erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Das ist also auch wieder sehr, sehr stark, diese Kombination hier mitzunehmen. Und besonders teuer wird's jetzt bei den Ringen. Das ist ein Ring der Schuld, Eisenring, der uns nochmal extra physischen Schaden gibt, wenn wir den Herold der Reinheit aktiv haben. Und nochmal zu die Schadensminderung auch ganz gut. Gut, aber wichtig ist hier der implizite Modifikator plus 1 maximale Anzahl an Energieladungen. Dadurch, dass das ein synthetisierter Eisendring ist, können hier verschiedene implizite Modifikatoren drauf. Und da gibt es nämlich auch diese mächtigen mit so plus 1 maximaler Anzahl. Die kosten aber auch sehr viel und die ändern sich auch immer am Preis. Ich hatte den einen Tag geguckt, da haben die irgendwie 80, 90, 100 die Wein gekostet. Da dachte ich mir, okay, nee, das hole ich mir nicht. Und im nächsten Tag gab es plötzlich welche für 30 bis 40 die Wein. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, das kannst du ja schon mal gönnen. Wie das momentan ist, ich weiß es nicht. Müsst ihr einfach mal gucken, ob es da ein paar Gute gibt. Ihr wollt an sich schon diesen erhöhten physischen Schaden mit reinnehmen, weil er schon ziemlich gut ist. Aber das wird natürlich dann auch immer entsprechend teurer. Und dann wollen wir so einen Ring ja am besten zweimal haben, weil wir dann ja nochmal eine Energieladung mehr kriegen. Das können wir in dieser League aber zumindest günstiger machen, indem wir einfach Calandras Berührung nehmen. Das ist ein einzigartiger Ring, der, wie ihr seht, reflektiert euren anderen Ring. Das heißt, der nimmt einfach diesen anderen Ring und kopiert ihn. Mit diesem Ring haben wir quasi diesen Ring hier zweimal und damit eben auch nochmal eine maximale Energieladung mehr. Und normalerweise wäre es so, dass dieser Ring auch so 50 bis 70, wenn nicht sogar mehr Divines kostet. In dieser League kostet er aber 4. Und das macht es natürlich dann extrem günstiger, dann nochmal so einen Ring zu besorgen, weil wir dann eben nicht nochmal 40, 50, 60 Divines ausgeben müssen, sondern einfach nur 4 und haben dann den Ring nochmal. Das ist sehr gut. Wenn ihr das Video aber nach 3.24 guckt, kann es sein, dass auch dieser Ring wieder viel, viel teurer ist. Da müsst ihr mal schauen, wie die Preise so sind, ob es besser ist, so einen Ring zu holen oder nochmal so einen Ring. Das ist euch überlassen. Ansonsten, was hatte ich hier vorher? Einfach nur generell Ringe mit ein paar Widerständen, Energieschild, Attribute vielleicht, wenn ihr noch braucht. Ansonsten natürlich globaler Multiplikator für kritische Treffer. Auch sehr gut auf Ringen. Das sind natürlich auch alles Möglichkeiten, die man da noch einbauen kann. Und beim Gürtel ist es ähnlich. Einfach nur ein bisschen Energieschild, ein paar Widerstände, gerade auch Chaos-Widerstand. Ansonsten nichts wirklich dabei. Und als Juwel habe ich auch nochmal ein bisschen Stärke drin, weil ich die Stärke brauchte, ein bisschen Leben. Die Chance, Betäubung zu vermeiden. Und das war es eigentlich. Also auch nicht so doll hier das Ding. Schauen wir uns dann jetzt noch die Flaschen an. Natürlich eine Lebensflasche, die immun gegen Bluten macht. Dann habe ich hier wieder den abgefüllten Glaube drin, einfach weil der sehr stark ist mit diesem geweihten Boden und die Boni, die wir dadurch kriegen. Dann natürlich für die geilen Gegnerexplosionen wieder diese Flasche. Oriats Ende. Die sorgt eben dafür, dass die Gegner explodieren und mit unserem Herold der Asche dann auch noch diese Explosion verkettet wird, wodurch dann quasi die halbe Map explodiert, wenn wir genügend Wirkungsbereich haben, was wir in diesem Bild haben. Ansonsten noch ein Quecksilberflaschen für ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit und verringerte Wirkung von Flüchen. Und noch ein Quarzflaschen für die Schemenform, damit wir einfach durch Gegner durchlaufen können. Ein bisschen Zauberschadenunterdrückung und nochmal erhöhte kritische Trefferchance. Hier wäre es zum Beispiel auch nochmal gut, wenn wir quasi die Chance hätten, Betäubung zu vermeiden, damit wir halbwegs betäubungsimmun werden. Aber das ist jetzt nur Minmax und das ist jetzt nicht so wichtig. Das Pantheon sieht aus wie immer. Ich nehme den Punkt hier oben links, damit wir eben nicht gestunlockt werden können, damit wir nur ab und zu mal betäubt werden können. Immun sind gegen Einfrieren und verringerte Unterkühlungswirkungen auf uns haben, damit wir nicht ganz so verlangsamt werden, wenn wir unterkühlt werden. Und ansonsten immer noch Immun gegen brennenden Boden. Durch diesen Punkt hier, das nehme ich eigentlich immer. Dann kommen wir mal zum passiven Baum. Hier gibt es tatsächlich einiges zu beachten, aber erstmal die Aszendenz. Wir gehen zuerst mal auf die Golems. Klar, keines Ursprungs gibt uns plus 1 maximalen Golem dazu, als auch nochmal erhöhte Wirkung von diesen Golems. Außerdem werden die Golems, wenn sie sterben, automatisch wiederbelebt, sodass wir sie nicht nochmal beschwören müssen, wenn sie sterben. Das passiert dann automatisch. Und hier durch diesen Punkt kriegen wir auch nochmal einen Golem mehr. Und unsere Golems sind Immun gegen Elementarschaden, wodurch sie generell auch weniger sterben sollten. Der nächste Punkt kommt dann hier in Meisterin der Zwietracht. Wenn wir Anfälligkeiten, also elementare Anfälligkeiten wirken auf die Gegner, die ja sonst immer so minus 10% für die Widerstände bedeuten oder minus 15%, werden hier jetzt nochmal zusätzlich minus 25% angewandt. Das heißt, der Widerstand wird nochmal mehr reduziert. Das ist ziemlich stark. Und natürlich hier dieser Punkt Herzzerzerstörung. 60% vergrößerte Wirkungsbereich, während ihr keine Konvergenz habt. Und Konvergenz kriegen wir immer dann, wenn wir einen einzigartigen Gegner treffen. Und dann kriegen wir für 4 Sekunden 30% mehr Elementarschaden, was auch sehr, sehr stark ist. Und ansonsten haben wir eben 60% vergrößerten Wirkungsbereich. Das ist schon sehr, sehr stark. Gerade eben auch für die Explosionen, die wir hier nutzen. Ansonsten sieht der Passivbaum, wie gesagt, so aus. Wir strecken uns so ein bisschen nach links und nach rechts. Beim Level nehmt ihr natürlich zuerst noch diese Punkte mit für erhöhten Zauberschaden und spielt auch erstmal mit diesem Punkt hier Elementarüberladung, weil ihr am Anfang wahrscheinlich noch nicht so richtig kritische Treffer machen werdet. Ich bin dann aber relativ früh so mit Akt 3 ungefähr auf kritische Treffer gegangen und dann habe ich den Punkt hier auch wieder entfernt, weil wir dann mehr kritische Trefferschaden machen als mit diesem Punkt hier ohne kritische Treffer. Ansonsten gibt es hier so ein bisschen Leben und so ein paar Attribute und Resistenzen, die ich mir hier mitgenommen hatte. Und dann haben wir hier Geist über Materie. Das habe ich auch erst später dann drin, als wir genügend Energieschild haben, habe ich erst mit diesem Punkt gespielt. Das heißt, am Anfang ignoriert ihr diesen Punkt auch noch. Bei erlittenem Treffer werden 40% des Schadens zuerst vom Mana abgezogen. Und ich habe ja gesagt, wir spalten unseren erlittenen Schaden auf zwischen Leben und Energieschild und das machen wir eben über diesen Punkt. Das heißt, 40% vom Schaden wird erstmal von diesem Pool hier abgezogen und 60% von diesem Pool. Und damit haben wir eben nochmal effektiv mehr Leben, weil wir ja so ein bisschen vom Energieschild auf unser Leben quasi drauf kriegen. Das sorgt einfach nur mal für eine bessere Defensive, wenn ihr genügend Energieschild habt. Wenn ihr jetzt nur 1.000 habt oder so, dann würde ich das nicht machen. Aber so bei über 2.000 kann man das dann schon mal nutzen. Ansonsten bin ich dann erstmal hier hochgegangen, habe mir hier mal so ein paar Lebenspunkte mitgenommen mit der Meisterschaft plus 50 zum maximalem Leben. Und dann wollen wir natürlich auch sämtliche Energielaltungspunkte mitnehmen, weil wir ja pro Energielaltung auch mehr Schaden bekommen. Das ist also ziemlich gut. Und hier drüben gibt es dann nochmal so einen Golempunkt, der uns auch nochmal plus 1 zu maximalen Golems gibt. Und damit kommen wir eben auf 4 Golems. Einer standardmäßig, 2 durch den Ascendenzbaum und einer hier. Damit haben wir dann 4 Golems. Und die wollen wir natürlich auch direkt mitnehmen, weil wir damit ja dann auch schon leveln wollen. Und ich habe beim Leveln auch schon bestimmte Juwele genutzt, auf die ich jetzt direkt mal eingehen möchte. Und das sind diese hier. Verbotene Flammejuwel mit dem Punkt Verbotene Macht als auch ein Verbotenes Fleischjuwel, das... Was ist denn überhaupt? Hier drüben ist, auch wieder mit Verbotene Macht. Und wenn ihr diese beiden Juwele habt, kriegt ihr eben diesen Verbotenen Machtpunkt. Und was ist dieser Punkt? Das ist ein Ascendenzpunkt der Okkultistin, der uns auch nochmal eine Energielaltung mehr gibt, als auch dann nochmal extra Boni pro Energielaltung. Also Wirkungsbereich, als auch Schaden mehr. Und das könnt ihr eben direkt auch schon mit Level 1 nutzen, wenn ihr das wollt. Ihr müsst da nicht erst ascendieren oder so. Diese Juwele könnt ihr sofort nutzen mit Level 1, sobald ihr eben diese Sockel habt. Und habt dann direkt den Ascendenzpunkt der Okkultistin mit dabei. Und das ist auch der Grund, warum ich direkt dann auf kritische Treffer gegangen bin, weil uns diese Energieladung ja auch kritische Trefferchance geben. Und dann habe ich mir diese Juwele direkt geholt, habe die direkt eingesetzt mit, weiß ich nicht, Level 15 oder was ich war. In diese beiden Juwelsockel hier einmal hier unten und dann einmal hier oben habe ich das dann mit reingemacht. Und dann hatte ich schon mal noch mehr Energieladung, nochmal Boni pro Energieladung. Und das wird dann schon ziemlich gut. Und deswegen habe ich dann auch schon diese Punkte mitgenommen, die uns auch nochmal extra kritische Trefferchance und Schaden und so weiter geben pro Energieladung. Das ist dann schon ziemlich geil. Mit der Meisterschaft noch mehr älter Schaden pro Ladung, die wir haben. Und wir haben ja von allen Ladungen alles, wodurch wir hier auch nochmal richtig viel Schaden durch diese Meisterschaft bekommen. Diese Energieschildpunkte habe ich jetzt erst zuletzt genommen, damit wir eben nochmal mehr Energieschild haben. Ich bin dann erstmal hier links weiter, nochmal ein paar kritische Trefferpunkte genommen, mit der Meisterschaft Multiplikate für kritische Treffer. Leben ein paar Mana-Reservierungspunkte, damit die Augen auch nicht so viel Mana reservieren und wir alle hier unterkriegen können. Und ansonsten ging es hier unten weiter auch nochmal eine Energieladung mehr, noch eine Widerstandsladung mehr, die wir ja auch haben durch die Schuhe. Hier nochmal ein bisschen Leben, ein bisschen Schaden und ein bisschen Leben. Nichts Besonderes dabei. Und dann habe ich mich hier rechts erstmal orientiert, für auch nochmal ein bisschen Leben. Hier gibt es Zauberunterdrückung, die wir mitnehmen wollen mit der Meisterschaft, dass die Chance, Zauberschaden zu drücken, günstig ist. Sehr, sehr wichtig, wenn ihr nicht bei 100% seid. Und wir sind nicht bei 100%, deswegen diese Meisterschaft unbedingt mitnehmen. Ansonsten habe ich hier auch nochmal die Meisterschaft mit mehr Energieschild von unserem Helm. Und unser Helm hat ja relativ eine gute Menge von Energieschild. Deswegen lohnt sich das auch nochmal an der Stelle. Und hier gibt es eben auch wichtig, unser Energieschild Raub, den wir dann brauchen, spätestens wenn wir eben mit dem Helm spielen und unser Energieschild hier über unser Mana liegt. Mit der Meisterschaft, dass 10% des Raubs sofort erfolgen. Und das gilt nicht nur für den Energieschild Raub, sondern auch für unseren Lebensraub, was sehr, sehr gut ist, damit wir eben schneller dieses Leben zurück gewinnen. Ansonsten geht es hier weiter runter für noch eine Energielallung mehr und diesen Juwelplatz. Die restlichen Punkte kommen dann hier in ein Cluster-Juwel-Setup und das ist auch relativ wichtig. Das ist ein großes Cluster-Juwel mit erhöhtem Elementarschaden mit drei Punkten drauf. Und wichtig hier vor allem dieser Punkt hier, korrosive Elemente. Kälte, Feuer und Blitzfertigkeiten haben jeweils die 25-prozentige Chance, die jeweilige Anfälligkeit anzuwenden. Und das brauchen wir ja auch, weil wir ja durch diesen Aszendenzpunkt hier diese Anfälligkeit noch stärker machen können, weil die ja dann nochmal extra minus 25% zum betroffenen Widerstand machen. Und dadurch, dass wir ja alle drei Elemente bedienen, brauchen wir auch alle drei Anfälligkeiten. Und das machen wir und das geht auch, glaube ich, nur über diesen Punkt hier, weil wir dadurch eben die Chance haben, dass wir alle drei Anfälligkeiten auch wirklich auf die Gegner packen können und damit nochmal die Elementar-Widerstände richtig krass reduzieren können. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Ansonsten habe ich noch Spektrales Herz für ein paar Elementar-Widerstände und Schaden und hier Dorianis Leere für nochmal erhöhten Elementarschaden und ein bisschen Lebensraub. Das ist quasi unsere Quelle für Lebensraub auch hier relativ wichtig. Zum Glück war das bislang nicht so teuer, das Ding, selbst mit drei, selbst mit diesen drei Punkten war das nicht so teuer und ich habe mich dann noch entschieden, dass ich hier nochmal extra alle Elementar-Widerstände drauf haben will, damit ich eben gut unsere Resistenzen auch stacken kann, ist das hier auch noch mit drauf. Dann habe ich noch zwei mittlere Cluster-Juwele, einmal hier für kritische Treffer-Chance. Hier sind zwei Punkte drauf mit Grundlagen des Schmerzes und Druckpunkte. Vor allem Druckpunkt ist hier der gute Punkt. Der gibt uns eben nochmal die fünfprozentige Chance für doppelten Schaden. Und dann habe ich hier ein Megalomaniac-Juwel. Das ist ein Juwel, das verschiedenste Cluster-Juwel-Punkte einfach kombinieren kann. Also sämtliche Cluster-Juwel-Punkte, die es gibt, können hier drauf kommen, egal welcher Art. Und bei mir war es wichtig, dass ich auf jeden Fall hier nochmal diesen Punkt hatte, nochmal für die Extra-Chance, Zauber-Chance zu unterdrücken. Dieser Ausweichwert bringt nicht so viel, weil wir einfach keinen Ausweichwert haben in diesem Bild. Aber ich wollte einfach noch mehr Zauber- und Unterdrückungschance haben und habe deswegen diesen Punkt mit reingenommen. Und auch erhabenes Gefühl ist ziemlich gut für nochmal mehr Leben und mehr Energie schuld. Und dann habe ich einfach noch geguckt, ob es irgendwie einen dritten Punkt gibt, der irgendwie Relevanz hatte. Und hier nochmal ein bisschen Zauberblock und nochmal erhöhten Zauberschaden. Nur, warum nicht, kann man ja mal mitnehmen. Neben den zwei Juwelen, die ich euch jetzt schon vorgestellt habe, also dieses verbotene Fleisch und verbotene Flamme-Juwel hier mit dem Punkt verbotene Macht, habe ich natürlich noch mehr drin. Auch ziemlich wichtig im Endgame wird ein Legion-Juwel, Militanter Glaube in dem Fall. Hier werden im Namen von bla 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 neuen Gläubigen irgendwas kommentiert durch den Hohen Templer Dominus. Das ist wichtig, dass das Dominus ist auf diesem Juwel. Die Zahl an sich ist nicht so wichtig, da komme ich gleich noch zu. Aber wenn das Dominus ist auf diesem Juwel, auf diesem Militanten Glaube, dann ändert das diese großen Punkte hier, die ja sonst normalerweise sind, in innere Überzeugung. Und dieser Punkt gibt uns auch noch mal 3% mehr Zauberschaden pro Energieladung. Das heißt, in unserem Setup 36% mehr Schaden. Das ist sehr stark, das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Der Nachteil ist eigentlich, dass wir keine Rasereiladung mehr kriegen können. Ja, wir nutzen aber die bestimmten Schuhe. Das heißt, wir brauchen keine Rasereiladung. Wir müssen die gar nicht kriegen und damit kriegen wir quasi die Boni der Rasereiladung durch diese Schuhe mit 48% und dann noch mal 36% extra, durch die Energieladung, durch diesen Punkt hier. Das ist sehr, sehr stark. Das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Zahl, die das hier macht, kann manchmal diese Punkte hier verändern. Das sehen wir zum Beispiel hier. Durch diese Zahl, die hier steht, jetzt hier in dem Fall 4472, wurden diese Punkte hier irgendwie verändert. Und das kann halt manchmal sein, dass das dann diesen Punkt hier verändert oder auch diesen Punkt oder auch diesen maximalen Energieladungspunkt hier. Da müsst ihr mal im Path of Building oder so am besten darauf aufpassen, dass das eine Zahl ist, die eben nicht die relevanten Punkte, die ihr hier habt, irgendwie verändert, sondern irgendwelche Punkte, die ihr eh sowieso nicht nutzt. Da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen gucken oder ihr nutzt einfach genau dasselbe wie ich, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann gibt es hier aber noch ein paar extra Stats, die da drauf kommen können, wie zum Beispiel bei mir plus 2 zu allen Elementarwiderständen pro 10 Hingabe. Und Hingabe kriegen wir jetzt hier durch diese kleinen Punkte. Die werden also umgewandelt von eigentlich Intelligenz, was hier drauf ist, zu Hingabe. Und pro Hingabe kriegen wir dann durch dieses Juwel, durch diesen Stat auch nochmal Elementarwiderstände. Da gibt es aber verschiedene Stats, aber ich habe mich eben für Elementarwiderstände entschieden, weil ich die auch noch brauchte. Und damit kriegen wir nochmal so ein bisschen wenigstens hier über diese ganzen kleinen Punkte hinzu. Und natürlich habe ich auch ein Auge des Mächters für wir, das aber eher für ein bisschen Quality of Life ist. Wir haben nochmal ein bisschen Energieschild-Wiederherstellungsrate, wenn wir Disziplin anhaben. Und wir kriegen Ansturm bei Tötung, wenn wir Hast anhaben. Und Ansturm macht uns auch einfach nochmal ein bisschen schneller. Das ist nicht wirklich bei Bossen relevant und auch sonst macht uns das nicht wirklich stärker. Es macht uns einfach nur ein bisschen schneller und hat ein besseres Spielgefühl dadurch. Das kostet auch nichts in dieser Kombination. Das hat 35 Chaos gekostet und soll einfach nur uns ein bisschen schneller machen. Das war es eigentlich. Man könnte hier auch noch andere Modifikatoren mit reinnehmen, wenn wir hier unseren Glaubenseifer haben. Das würde auch gehen für nochmal ein bisschen mehr Schaden. Aber ich dachte mir, das reicht mir eigentlich. Ich wollte nur so nochmal ein bisschen schneller sein. Und das war es eigentlich schon mit diesem Bild. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin vom Schaden ja nicht wirklich enttäuscht, aber ich hatte mir noch ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Aber es ging. Ich habe hier Uber, Uber, Elder, wie ihr gesehen habt, getötet. Das war an sich kein Problem. Wenn man damit leben kann, ab und zu mal zu sterben, macht das schon Spaß. Fürs generelle Mappen in T60 Maps ist das ein absoluter Schmaus, gerade weil wir einfach nur hin und her sprinten müssen oder springen müssen und alles explodiert. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich gerade mit dem höheren Investment sehr, sehr teuer. Wie gesagt, ist im geschriebenen Podcast auch nochmal ein etwas günstigeres Setup. Das ist auch nicht wirklich günstig jetzt, aber etwas günstiger als das High-Investment-Setup und das macht auch schon sehr viel Spaß damit. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Schaut mal bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.